So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Es geht weiter mit Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir haben jetzt alle Kugelsplitter gesammelt und... Jetzt... Müssen wir, glaube ich, hier vorne in die... Dingshalle? Also in die... Altarhalle? Na gut, Altar. Ja. Ist gut. Keine Rückmeldung, toll. Ah ja. So, und ich will jetzt mal was ausprobieren, weil ich weiß jetzt ganz genau, was da oben an der Tür passiert. Ich verrate jetzt nichts. Okay. Vielleicht klappt das ja, wie ich mir das vorstelle. Okay, ich höre schon mal den Monster. Klappt das? Wow. Die waren schnell. Gut. So wie ich mir das jetzt gedacht habe, hat es nicht geklappt. Schade eigentlich. Schlaf. So, mach ich. Boah, schmeiß mir mal in die Ecke. Darauf ein Stück Bier. Prost. Ah, herrlich. Ja. Hallo. Wiedersehen. Tschüss. Erhebe dich, du schwacher Geist. So. Ähm. Was mache ich denn da? Eine Wunde blutet ziemlich stark. So passt das. Ah, jetzt noch mal öst. Daniel. Wir sind so sehr genau das gleiche, du und ich. So. Du hast wirklich trinkt von der Amnesie-Mixstur? Es hat nicht so viel von deinem Verhältnis. Du hast nie gemacht, was du gemacht hast. Du sprachst über die Redemption. Ähm, 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 ähm. War das vielleicht mit einem Unreißer? Super. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop our show. Thank you, friend. So. Hatten wir hier noch was Schönes? Ach so, die, äh... Ich hab da gar nicht die Brechstange benutzt. Gott. Ja, mein Gehirn, das leidet auch ein bisschen. So. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Oder hoffentlich ein Tagebucheintrag. Mein Öl. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Ja, schön. In meinen Träumen, in meinen Träumen, in meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich, äh, allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen. Eier und Säbel, äh, in meinen Träumen. So, schön. Der Alexander kriegt sowieso eins aufs Maul. Das weiß ich jetzt schon. Taralalalala. What? Ähm. Ähm. Was machen sie in meiner Zelle? Haben sie kein Zuhause? Was anziehen könnten sie sich auch mal, ne? Zauberei. Oh, da ist noch nichts in der Box. Ich werde mich über sie beschweren. Geh weg. Du musst das nicht machen. Wieso? Du musst das nicht machen. Ich mach das so oder so. Ähm. Danke. So. Jetzt gibt es eigentlich zwei Wege, um hier rauszukommen. Weil hier drin, da seht ihr, könnt ihr das ja gut sehen, hier ist der Schlüssel. Den brauchen wir für diese Tür. Entweder, wir gehen jetzt hier vorne zum Brunnen und den Eimer, den ich jetzt gerade aufgehoben habe, der wird mit Wasser gefüllt. Dann wird das Wasser hier oben drangesetzt und der Schlüssel wird hier rausgespült. Oder, was ich bisher noch nie gemacht habe, könnte auch diese Eisenstange nehmen. So, so geht's auch. Er steckt fest. Okay. So. Und der Part, der jetzt kommt, das ist auch nochmal so ein Part, wo ich sage, äh, muss das sein? Jetzt, äh, verfolgt uns nämlich gleich, äh, der Schatten. Und wir dürfen weglaufen. Und das wird nicht einfach. Wir machen hier schon mal die Tür zu. Und Start. Ja, Bagda, schön, dass du mich anschreibst. Das interessiert mich gerade reichlich wenig. Und da geht's kaputt. Schalalala. Juhu, Wasser. Jetzt fehlt nur noch das unsichtbare Wassermonster, dann wäre ich hier total begegnet. So. Oh, einmal die Treppe nach oben. So, bevor wir jetzt hier reingehen, wir achten... Wow, da kommt der ja schon. Mann! Der ist ja fix. Aber die Musik passt. Oh, schade. Es ist ja schon vorbei. Ja. So. Nochmal ein kleines Stück trinken. So. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und er geht zu Boden. Ja, leg dich hin, der Arzt kommt gleich. Hm. Ja. Alles klar. Ja. Ich werde jetzt nicht mehr auf die Kraft haben. Wir werden die Macht des Orbs und letztendlich verletzen die Schadow, die mich zu retten. Ich fühle es, es sich in auf mich und ich schäbe mich mehr als immer. Just outside Oststadt, lese ein kleines Stück, der Zimmermann, der Dairy Farm, mit der Wепlein und den Jungen. We took the coach, went there. Our visit was unexpected and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting himself. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. What is that here for a cracker unten, huh? You sleep inside. Schon seit Anfang des Spiels. Ähm. Muss die Tür aufmachen. Ah. Wir hatten hier gekotzt. Das heißt ja eigentlich, Ordnung ist das halbe Leben. Aber das kann man ja hier nicht sagen. Ne. Ja, immer doof. Ich habe ja noch genug Laudano. Attacke! Ja, sicher. Ähm. Kommen wir da so durch? Wir kommen so durch. Dankeschön. Tralalalala. Ich werde hier mal eine Putzrohr einstellen. Die müsste mal ein bisschen sauber machen hier. Aber wie gut ist das, dass es nicht meine Putze ist? So. Ist jetzt kurz gelaggt. Ah, ich sehe gar nicht. In zwei Minuten musste ich schon wieder einen Schnitt machen. Ich werde sagen mal, was ist denn das hier für eine Unordnung, ne? Also das geht ja gar nicht. Was habe ich dir getan? Oh, genau. Jetzt kommen wir da ja rein. Ähm. Ups. Ups. So. Äh, genau. Die Zünder. Stuhl aus dem Weg. Diese Zünderbox nehmen wir natürlich noch mit. Obwohl ich glaube, wir brauchen jetzt gar keine Zünderboxen mehr. Ich komme mit meinem Lampenöhrig gut hin. Aber man nimmt ja alles mit, was man kriegen kann. So, Leute. Ich werde jetzt mal nochmal einen kurzen Schnitt machen. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil wieder. Also. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.